Es ist inklusive Cup-Halbfinale das erste von mehreren Duellen der beiden Top-Teams der Liga, von denen die Bullen heute mit der gleichen Elf wie beim 3-0-Cup-Sieg in Amstetten starten. Der Lask im Vergleich zum 2-0 gegen Sturm hingegen verändert, etwa weil die Stammspieler Schlager, Michal und Filippovic wieder fit sind. Und der von Beginn an mutige Lask setzt sich anfangs auch gleich in der gegnerischen Hälfte fest, aber dann dieser Pass von Junuzovic auf Ulmer. Der bringt den Ball zur Mitte, Stange Masaya Okugawa in Minute 4, der nach Rippenverletzung zurückgekehrte Gollesschlager wäre wohl chancenlos gewesen. Kurz darauf entwischen wieder zwei Bullen, nämlich Wang und Daka, dem auch nur ein paar Zentimeter zur Führung fehlen. Nur 16 Gegentore hat der Lask diese Saison kassiert, der nächste liegt in der Luft. Und die Akteure sind die gleichen wie gerade eben, nämlich Wang, der Trauner ins Leere laufen lässt, und Daka, der diesmal an Schlager scheitert. Wieder nur zwei Minuten später verhindert dann Wiesinger eine Abseitsstellung von Daka. Der 14-fache Liga-Saisontorschütze lässt aber auch seine dritte Top-Chance liegen. Der Lask, der im Glück ist, dass es noch 0 zu 0 steht, hat dann in Minute 20 einen Einwurf durch Holland. Einen weiten Einwurf, der mehrfach verlängert wird, bis vor die Füße von Dominik Frieser. Das 1 zu 0 für den Lask komplett gegen den Spielverlauf. Da hat Trauner den Kopf im Spiel, dann Rago zu Donguene. Und Frieser trifft in seinem Jubiläumsligaspiel für den Lask, nämlich seinem 50. zur Führung. Es folgt Minute 25, in der Frieser Farkasch den Ball wegnimmt. Salzburg reklamiert ein Foulspiel. Der Lask spielt weiter. Holland und der nächste Treffer für die Gäste. Unglaublich, Salzburg hatte vier richtig gute Chancen und liegt plötzlich doch 0 zu 2 hinten. Voll war das Kainz an Farkasch, alles korrekt. Und dann kommt natürlich auch Glück dazu und Wohene fälscht den Schuss unhaltbar für Goli Stankovic ab. Und wie im Herbst führt der Lask früh mit 2 zu 0. Die Antwort der Bullen, wieder durch Dakar. Vielleicht macht es Wang besser. Nein, es ist ein Spiel mit jeder Menge Torszenen. Eine davon folgt fünf Minuten vor der Pause. Und zwar, weil Holland eine ungewollte Kerze produziert. Dann springt Wiesinger, der Ball weg, Junusowitsch, Okugawa und das Anschlusstor. Siemter Saisontreffer für den Japaner, bei dem der Lask aber kräftig mitgeholfen hat. Und das Geschenk nimmt Salzburg dankend an. Pausenstand aber immer noch 2 zu 1 für den Lask, der auch den besseren Start in Hälfte 2 hat. Und wieder nach Einwurf kommt der Ball zu Raguz, der heute den Vorzug gegenüber Klaus bekommen hat. Nicht vom Ball zu trennen ist. Und auch noch den Querpass bringt. 3-1. Der Lask hat nach knapp einer Stunde wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung. Dank der Dribbelkünste von Marco Raguz, der den Hauptanteil hat am zweiten Treffer von Friesa. 42 Punkte hatte der Lask bis heute noch nie, war ein Team mit der Ausbeute nicht erster. Aber heute könnte es soweit sein. Weitschuss Michoal, der Lask ist sogar dem 4 zu 1 nahe. Eckball Lask und Balic köpfelt an die Stange. Dampfeift Schiri Lechner wegen eines Foulspiels ab. Der Treffer von Neuzugang Balic hätte aber gezählt. In Minute 81, dann Corner für Salzburg durch Ulmer. Und Enok Weppu macht sein erstes Liga-Tor in dieser Saison. Das erste Gegentor des Lask nach einem Eckball überhaupt, weil man Weppu zu viel Platz lässt. Und die Truppe von Jesse Marsh, die sonst noch keine Torschuss hatte nach der Pause, hofft nochmal. Aber umsonst. Der Lask feiert im zehnten Auswärtsspiel der Saison den zehnten Sieg und damit auch die erstmalige Tabellenführung. Barbara Schulz hat nachgefragt. Ja, ist ein wunderschönes Gefühl persönlich und auch für den Verein. Einfach unglaublich, was wir leisten und was wir heute am Platz gebracht haben. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, das brauchst du einfach, wenn du gegen Salzburg hier bestehen willst. Wir sind vor Anfang an aggressiv worden angelaufen. Wir haben uns nichts geschissen auf Gott Deutsch gesagt. Wir haben einfach gespielt, wie wir immer spielen. Und ja, unsere Chancen haben halt Eiskalt genutzt, da muss man sagen. Auf die Tabelle oder für die Liga, das hat keine große Bedeutung. Aber für uns, für die Moral und gerade für das Köpffspiel, das war enorm wichtig, dass wir so eine Zeichnung für uns gesetzt haben, dass wir gewinnen können. Und das wird uns sicherlich Selbstvertrauen geben für die kommenden Aufgaben. Ich bin enttäuscht. Mir bricht fast das Herz, weil ich so viele Chancen vergeben habe. Heute war leider einfach nicht mein Tag. Die ersten 25 Minuten kannst du drei, vier Tore machen. Ich meine, du kannst dir das Spiel dann nochmal anschauen. Wir kriegen zwei Tore durch Einwürfe. Diese Liga dieses Jahr mit Lask und alles ist ganz eng. Und so, jeder Spiel ist wichtig und jeder Moment ist wichtig. Und ja, es ist ein enttäuschtes Gefühl für unsere Jungs jetzt. Aber egal, wir müssen weiter gehen. Den Lask haben wir schon noch ein paar Mal. Das passt schon. 53 Bundesliga-Heimspiele in Folge war Salzburg unbesiegt. Nach über drei Jahren endet diese stolze Serie. Beim Lask hingegen endet eine negative. Mit dem ersten Sieg in Salzburg seit fast neun Jahren. Ich bin alles gut.